Willkommen zurück bei Assassin's Creed! Die letzte Aufnahme ist echt verdammt lang her, da habe ich mal so einen kompletten Ding im Stück aufgenommen, ihr müsst mich ja normalerweise nicht sehen, wenn ich hier hinhüpfe. Uh... Hm. Ich glaube von hier hin Da hinten komme ich ja Ich kann ja trotzdem noch kurz gucken was da hinten ist Wir müssen die drei Templar-Informanten töten Stimmt, da war ja was Ach genau, da war das Stimmt, da war ja er hier Dann warte ich nochmal kurz Und schalte ihn mal kurz aus Das war jetzt eher auch Zufallstreffer Dass ich die richtige Taste gedrückt habe Zum Kill Den verstecke ich hier mal Ach stimmt, da haben wir Wir waren ja hier schon mal fleißig Die machen wir auch mal kurz weg So, und nun Ach genau, okay Jetzt sind wir wieder hier Okay, uh Okay, uh Hierher und warten ab. Ich würde hier gerne einfach alle nacheinander ausschalten. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht... Nicht so funktionieren, wenn ich mir das gerade vorstelle. Außer... Das obere wird pfeifen. Was war denn das noch mal? Wie geht's? Hm... Damit kann ich sie zwar ablenken, aber... Hoch! Das wird mich jetzt auch nicht wirklich sehr viel bringen. Und hier weiter kann ich auch nicht. Was ich jetzt höchstens machen kann. Wir können mal gucken, was hier ist. Ach genau, gut. Hier haben wir ihn ausgeschaltet. Pfff... Er bleibt aber auf diesen Posten. Wenn die Zeit langt, nicht... ... ihn auszuschalten, wenn er sich umdreht. Ich kann's ja mal probieren. Oh! Sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das funktioniert. Aber es sind immer noch zwei, ne? Der eine hier und er hier. Okay. Okay. ... Wir wurden zwar entdeckt, aber... ...dann das ist das. Jetzt muss ich bloß noch wissen, wie er reagiert. Verdammt. Da ist es auch noch ein Bogenschütze. Yay! Gut. Das ging ja jetzt doch besser, als ich gedacht habe. Hier haben wir gerade noch was gefunden. Sehr schön. Die Idee ist es, dass du ja jetzt nicht die Idee mit dem Kopf in die Gäste. Da ist das Ding. Und die Idee, ist es ein Problem. rt Oh, wir haben das Level geschafft. Sehr schön. Gut, dann werde ich die Folge auch hier mal beenden. So wie die Aufnahme. Ich werde jetzt aber noch gleich weitermachen wahrscheinlich. Je nachdem wie ich das so zusammenschneide. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.